Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, da will man ganz entspannt in die neue Woche starten und bekommt dann hier so eine hammermäßige Ankündigung von Blizzard. WoW Classic Update, volle und neue deutschsprachige Realms. Ja, Leute, wir bekommen neue Server für den deutschen Bereich. Ich habe es ja wie gesagt in meinem letzten Video schon gesagt. Also ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht den ein oder anderen Server noch gebrauchen könnten im deutschen Bereich, weil einfach doch die Nachfrage von der Community so gefühlt schon sehr hoch ist und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass man da wirklich nur mit einem PVE und einem PVP-Server hinkommt. Ja, jetzt haben wir hier die Ankündigung. Es kommt ein weiterer deutscher PVE-Server namens Razorfin und ein weiterer deutscher PVP-Server namens Vinoxis. Genau, und wir schauen hier direkt mal rein in die Ankündigung. Toshayu, der deutsche Community Manager, hat hier geschrieben, da derzeit beide deutschsprachigen Realms voll sind und es somit bei der Veröffentlichung von WoW Classic zu langen Warteschlangen kommen kann, werden wir am Dienstag, also morgen, dem 20. August um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeitzone zwei neue deutschsprachige Realms für die Namensreservierungen bereitstellen. Ihr könnt euch quasi also ab morgen um 8 Uhr wieder eure drei Charts quasi saven, Account übergreifen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel schon drei Charaktere auf Lucifron gesaved habt gerade, dann müsst ihr davon einen löschen und könnt dann den quasi auf einem der beiden Server verwenden. Ja, so habt ihr es nicht verstanden. Also ich glaube nicht, dass man sich nochmal auf diesen beiden oder auf einem von den beiden Servern drei Namen saven kann. Ich glaube, das gilt weiterhin, ja, drei Namen overall. Das heißt, ihr könnt, also werde ich es eventuell machen, ja, einen von meinen drei löschen und dann eben einen auf den neuen Servern hier mir sichern. Ja, dann sagen sie natürlich noch, dass sie den Spielern ans Herz legen, eventuell über einen Wechsel auf diese Server nachzudenken. Ja, ist natürlich im Interesse von Blizzard, dass sich vielleicht auch einige Gilden dazu entscheiden, jetzt auch dann doch noch zu wechseln auf die neuen Server und eben die Community möglichst gleichmäßig auf beide Server zu verteilen. Ja, dann steht hier im Grunde genommen einfach nur, dass sie eben eine solide Grundstruktur für die Realm-Communities aufbauen möchten, die auch in den kommenden Monaten und Jahren Bestand hat. Und das finde ich einfach einen richtig coolen Punkt, weil einfach hier daraus hervorgeht, dass Blizzard wirklich auch schon langfristig überlegt eigentlich und auch einfach quasi anerkennt, okay, in WoW Classic geht es nicht darum, für die nächsten ein, zwei Monate zu denken, sondern eben langfristig, ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt und auch die richtige Herangehensweise an der Geschichte. Und dann haben sie ja noch ein bisschen erklärt, dass quasi einfach sie heute in der Lage sind, ja, deutlich mehr Spiele eigentlich auf so einen Server zu lassen, sie sich aber dagegen entschieden haben, das Cap quasi immer noch weiter in die Höhe zu treiben, weil das dann quasi einfach langfristig viele Probleme schaffen würde auf den Servern und einfach zu langen Warteschlangen führen könnte, ja. Und auch wichtig an der Stelle, wenn ihr euch quasi einloggt in WoW gerade, ihr könnt ihr quasi, wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr euren Namen schon reservieren in WoW Classic und wenn ihr euch dann einloggt, dann habt ihr ja quasi hier diese Anzeige niedrig, mittel, hoch und voll und die dürft ihr nicht direkt mit den Anzeigen von 2006 vergleichen, ja. Denn eine mittlere Anzeige von heute ist quasi schon, also hat schon mehr Spieler potenziell am Start als quasi ein voller Server im Jahr 2006, ja. Also an der Stelle auch nicht davon abschrecken lassen, das heißt eigentlich im Grunde genommen, dass quasi, ja, deutlich mehr Leute als zweieinhalbtausend ungefähr auf den Servern sein werden, weil das Cap von 2006 war ja, glaube ich, zweieinhalbtausend vielleicht noch weniger am Anfang, ja. Ich würde vielleicht so ausgehen, dass man am Ende vielleicht um die 5000 Spieler auf jeden Fall auf dem Server hat. Mehr wird eventuell wieder kritisch, aber weniger, finde ich, auch langfristig für, ja, vielleicht ein bisschen zu verlassen. Aber das ist auch nur meine Meinung. Da kann ich mir auch vorstellen, dass viele vielleicht auch einen Cap von 2.000 oder 3.000 Leuten auch schon angenehm finden würden. Sondern ich habe mich auch durch meine Erfahrungen auf den Privatservern eher an Server gewöhnt, die eben ein bisschen mehr Leute am Start haben. Ja, Leute, zwei neue Server am Start, wer hätte es gedacht, ja. Blizzard immer wieder für Überraschungen gut irgendwie. Sie gehen einfach immer wieder auf die Community ein. Das ist wirklich eine gute Entwicklung. Und ich kann an der Stelle auch schon mal sagen, wir werden quasi mit unseren Gilden, mit unserer Community nicht wechseln. Also wir haben uns da heute echt intensiv drüber unterhalten. Und unser Konsens momentan ist einfach, wir möchten auf Lucifron bleiben. Es hat sicherlich eventuelle Nachteile. Es hat auch eventuelle Vorteile. Wie gesagt, wir haben da die Vor- und Nachteile abgewogen und die Entscheidung für uns getroffen. Und da will ich auch nicht so sehr ins Detail gehen, weil es dann auch einfach interne Dinge von den Gilden sind. Und es gibt momentan natürlich in allen größeren Gilden die Überlegung, wechselt man oder nicht. Ja, müsst ihr einfach für euch selber entscheiden. PvPler haben eventuell einen Anreiz, weil man dann eventuell irgendwie, also die haben die Vermutung, dass eventuell auf dem neuen Server die Competition, also der Wettbewerb ein bisschen geringer sein wird. Ja, weil da vielleicht eher weniger Spieler sein werden. Das ist so eine Überlegung von PvP-Spielern. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, ich gehe davon aus, Leute, im deutschen Bereich wollen so viele WoW Classic spielen. Ich glaube, noch nicht mal, diese beiden weiteren Server werden langfristig reichen. Ich glaube, die werden auch proppevoll werden, ja. Von daher an die Leute, die quasi auf diese Server gehen, mit der Hoffnung, dass sie da einen mittelbevölkerten Server bekommen werden. Ich glaube, ihr werdet enttäuscht werden. Ich glaube, die werden genauso proppenvoll wie die bereits bestehenden Everlook und Lucifron eben auch. Und dass vielleicht wahrscheinlich sogar noch weitere Server kommen werden, ja. Wenn wir uns die gleiche Überlegung nochmal im PvE-Bereich machen, haben auch einige Gilden natürlich die Überlegung, hey, gehe ich jetzt vielleicht auf die neuen Server, dann habe ich da weniger Competition, ja, kann vielleicht dann auch quasi eine der Top-Gilden sein und muss mich nicht mit den stärksten Gilden messen, so eine Art. Auch hier an der Stelle, Leute, ich glaube einfach, wir haben so viele Gilden, so viele Spieler, so viele Leute, die kommen werden. Die Server werden auch im PvE-Bereich gleichwertig sein, glaube ich. Ich glaube, da wird es keine richtige Unterscheidung geben. Und auch jetzt, was dann vielleicht nochmal für die YouTuber, Streamer und so weiter interessant sein könnte, ich glaube, auch da wird es viele Streamer geben, die vielleicht dann nochmal wechseln werden, einige werden bleiben. Ich glaube, das wird es einfach generell eine sehr ausgeglichene Verteilung geben. Und ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass man auch im PvE-Bereich irgendwelche krassen Vorteile hat, wenn man wechselt oder nicht. Darum, Leute, ja, also auch im PvE-Bereich glaube ich, dass ihr euch da kein Kopf machen braucht. Und der letzte Aspekt, den ich jetzt noch relevant fand einfach für mich, wo gehen die größeren YouTuber-Streamer hin? Das wird sich jetzt einfach zeigen in den nächsten Tagen, denke ich mal. Ich denke, wie gesagt, ihr habt halt bis morgen um 8 Uhr Zeit, um euch da einen Namen zu reservieren. Denn, ja, aus der Streamer-Perspektive ist man natürlich froh, wenn man seinen Namen gesichert hat. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Streamer, der vielleicht, ja, so ein bisschen sauer war, dass er seinen Namen eben nicht bekommen hat, morgen nochmal sein Glück versuchen wird. Und das vielleicht sogar ein Grund sein wird für ihn, dann auf diesem neuen Server anzufangen, weil er da seinen Namen bekommt, ja. Das heißt, da stelle ich mich darauf ein, dass wir in den nächsten Tagen dann vielleicht noch die ein oder andere Ankündigung bekommen werden von dem ein oder anderen Streamer-YouTuber, wie auch immer, dass er dann eben doch auf einem anderen Server anfängt. Das heißt, für die jeweilige Community von ihm ist es dann natürlich nochmal relevant, wenn ihr euch schon darauf eingestellt habt, dass quasi euer Streamer-YouTuber, wie auch immer, auf einem Server startet, dann würde ich dann denjenigen auch ein bisschen verfolgen. Aber ich weiß natürlich auch, ja, viele von euch interessiert das gar nicht. Die wollen einfach nur ihre Ruhe haben und die werden auf dem Server anfangen, wo eben ihre Gilde hingeht. Und das ist natürlich auch euer gutes Recht. Und ich wollte es einfach nur an der Stelle erwähnen, ja, das ist halt, wie gesagt, für die Leute relevant. Für mich, wie gesagt, ich freue mich auch, wenn ich ein paar bekannte Gesichter auf meinem Server haben werde. Ich weiß gar nicht genau, wie auch Lucifron alles sein wird, aber ich werde mich da jetzt auch nicht irgendwie danach richten. Wir haben uns jetzt mit der Community, mit den Gilden für Lucifron entschieden. Da werden wir auch hingehen und jeder, der eben sein wird, der wird da eben sein. Von daher, macht euch keinen Kopf, Leute. Ich glaube, beide Server-Partner, also die, die es schon gab und jetzt auch die neuen beiden, die werden alle gut bevölkert sein, Leute. Ich glaube, wir werden auch letztendlich ausgeglichene Server haben von den Fraktionen, von den PvE- und PvP-Spielern. Ja, ich glaube, wir sind einfach auf einem mega guten Weg. Blizzard hört wirklich Effekt auf die Community momentan. Und ich bin einfach wirklich extrem zufrieden mit der Entwicklung gerade. Und genau, das waren die News eigentlich. Ja, weitere deutsche Server-Leute. Kranker Shit, kranker Shit. Schreibt mir gerne mal unter dem Video, ob ihr auf Lucifron bleibt oder auf Everlook, wenn ihr PvE spielt. Oder ob ihr auf Razerfin oder Winoxys wechselt, Leute. Ich bin gespannt und freue mich auf jeden Kommentar, auf die Debatte. Und würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020